Die Banken können sowieso alle Dreck am Stecken und machen kaum mehr Geschäfte. Der Künstler. Ja du, ich kann mir schon vorstellen, dass das cool ist gegen Bankenschissen. Aber weisst du, so einfach ist es eben nicht. Jetzt schau dich herum. Tausende Betriebe, Malergeschäfte, Coiffeur, Elektrobuden, die ganz klein anfangen, dann plötzlich wachsen, erfolgreich werden. Und alle brauchen das Geld, um Löhne zu zahlen. Zum Wachsen. Und das haben sie von den Regionalbanken, von den Kantonalbanken und die Hypotheken für das Einfamilienhäuschen auch noch. Aber eben auch wir Privatbanker tragen unseren Teil zum Wohlstand bei. Gegen uns kommen die Reiche in die Schweiz. Sie fahren Skifahren, shoppen, kaufen teure Uhren und Praline. Weisst du eigentlich, wie viele von unseren allerreichsten Kunden die grosszügigsten Spender sind, die sich für alle Gattung tolle Projekte engagieren? Ja. Bei Leo war immer klar. Du musst etwas zurückgeben. Sonst ist das Sünde. Weil das sich direkt versoio- undereckend pfeifern wird nicht gut. Und dann, wenn der andere dieser Stelle irgendwo eine gertelte Kaple den Käu Blacks, der印象 ist und dass auch immer die Service hinten vorgesehen ein bisschen mehr platinum 같아 gekaient. Bis zum nächsten Mal.